Warhammer 40.000 – Der Albtraumkönig I – Ruin von Nate Crowley Gelesen von Jean-Paul Beck Was ist dieses Selbst in allen von uns? Dieser stille Beobachter, dieser harte, sprachlose Kritiker, der uns einschüchtern kann, der uns zu sinnlosen Taten treibt und uns schlussendlich noch härter dafür rügt, wenn wir auf sein Drängen hin doch weitere Fehler begehen. Ein Vers, der dem Schreiber Elliot von Britannia zugeschrieben wird, aus dem ersten Jahrtausend im Zeitalter Terras. Spare dir deine arroganten Worte, mein Freund. Warum sollte man einem Tier in der Abenddämmerung noch Wasser reichen, wenn es doch am Morgen schon geschlachtet wird? Fragment eines Textes von Imenias von Imena aus dem alten Gyptus, lange vor dem Zeitalter Terras. Exil Kapitel 1 Erbärmliche Kreaturen Wie konnte es so weit kommen? Knurrte Oltüx mit einer Stimme, die so kalt war wie der eisige Wind. Er starrte auf die Kreatur, die vor ihm auf dem Pflaster ausblutete. Einst war Oltüx der strahlende Nachkomme eines Imperiums gewesen, das 1000 Sterne umspannt hatte. Er war der Künats gewesen, der Dritte im großen Haus von Itakas und dazu bestimmt, eines Tages den dynastischen Thron zu besteigen. Doch es war anders gekommen, und nun war er hier. Seed war ein Planet aus giftigem Eis, der so schwach geworden war, dass er sich nicht länger drehte, sondern nur noch an Ort und Stelle verweilte, mit einer Hemisphäre beständig der sterbenden Sonne zugefand. Es war eine verlassene Grenzwelt am äußersten Rande des itakischen Raumes, die nur noch von Außenseitern und Verrückten bewohnt wurde. Als Dynast Unas ihn seines Geburtsrechtes beraubt und aus dem Königshaus ausgestoßen hatte, hatte er ihn zu Seeds Nomarchen ernannt. Anders formuliert hatte Unas ihn in diese endlose Dämmerung verbannt, um die Angriffe des Ungeziefers von jenseits ihrer Grenzen abzuwehren. Er betrachtete die zitternde Masse grünen Fleisches vor sich, die den Schnee beschmutzte. Mittlerweile hatte er nicht einmal mehr für diese Aufgabe genug Ressourcen. Selbst ein Niederrano-March würde nie die schmutzige Arbeit übernehmen, sich um organischen Abfall zu kümmern. Doch Oltix konnte bereits spüren, dass seine doktrinelle Partition, die erste unter seinen Subpartitionen, über dieses Eindringen immer lauter und erzürnter wurde. Aus bitterer Erfahrung wusste er, dass die Subpartition ihre Tirade nicht unterlassen würde, bis er sich mit dem verletzten Ding befasst hatte. »Schwer wiegt das Haupt, das eine Krone trägt«, dachte er düster bei sich. Dann trat Oltix die Stufen des Grabes hinunter und auf den Eindringling zu. Das Tor zum Beinhaus wurde von einem schmucklosen Säulengang eingeschlossen, welcher aus der Klippe unter dem Komplex geschlagen worden war. Oltix hatte die letzten zwölf Stunden im Schatten der Säulen verbracht und finster auf die Infanterielinien gestarrt. Der Eindringling hatte ihn zweifellos für einen Teil der Architektur gehalten, für eine verwitterte Statue eines gigantischen Skeletts, welches ebenso leb- und regungslos wie die Säulen neben ihm war. Aber wenn der Eindringling länger durch den dichter werdenden Schnee gestarrt hätte, dann wäre ihm wohl aufgefallen, dass dort im Hohlraum hinter den Rippen ein blasses Schimmern hervorstach, wie von einem langsam sterbenden grünen Feuer. Jetzt allerdings, als Oltix Wut aus seinem tiefsten Kernflugs aufbrandete, flammte das Feuer von Neuem auf, bis es einen grünen Schein auf den Schnee um sich warf. Oltix Wut erkaltete nie wirklich, sondern wartete lediglich auf einen Grund, wieder entfacht zu werden. Jetzt hatte er mehrere Gründe. Seine Wut galt zum einen den Legionen, die seine verlängerte Hand darstellen sollten, aber die Front nicht halten konnten, und zum anderen jenen, die ihn ausgestoßen und zu diesem Rang erniedrigt hatten. Aber die meiste Wut galt dieser Kreatur. Seed mochte ein belangloser Außenposten sein und seine Arbeit hier eine kalkulierte Beleidigung unnas. Aber es war doch eine nekrontische, eine itakische Welt, obwohl es eine eisige, vergiftete Hinterwelt war. Sie konnten ihren vor einer Ewigkeit erhobenen Anspruch darauf nicht einfach erlöschen lassen. Jeder Zentimeter Land innerhalb dieser heiligen Grenzen, und wenn er auch ein solch kahler Fels wie Seed war, war doch Kemet. Boden, der allein den Göttern und ihren Dienern gehörte und jenseits allen fleischlichen Verständnisses heilig war. Die Lebenden hatten hier keinen Platz. Dieses Grab war heiliger als die meisten, denn das große Beinhaus, wenn es auch nicht mit den Gräbern der Kronwelt Antikeff vergleichbar war, war der größte Begräbniskomplex von Seed. Es war eine Festung und ein Ruheort für die Fürsten dieses Außenpostens. Jene, die sich bereits erhoben hatten, hatten hier ihre Quartiere bezogen. In den Galerien lagen jene, die noch nicht aus dem langen Schlaf erwacht waren, und in den tiefsten Katakomben lauerte natürlich jene finstere, stets wachsende Masse, der sich ein jeder anschloss, welcher nach seinem Erwachen den zweiten Tod im Fluch gefunden hatte. Itakas war viel früher als die benachbarten Dynastien erwacht. Das Beinhaus hatte in jenen wilden, stolzen Jahren der Reklamation als eine Festung gedient und war auch über die langen Jahrhunderte danach niemals erstürmt worden, auch wenn endlose Einfälle der landhungrigen, aufsässigen Spezies der Unreinen gefolgt waren. Selbst als die Dynastie zu zerfallen begann, war das Heiligtum dank der endlosen Wacht von Seeds schrumpfenden Garnisonen bewahrt worden. Doch jetzt, unter Oltücksschutz, war der Stein beschmutzt worden. Der Eindringling hatte es lediglich bis zum Temenos geschafft, dem heiligen Bezirk, der an den Zugang zum Grab anschloss. Aber wie die frommen Einflüsterungen seiner doktrinellen Partition ihn stets erinnerten, war es dennoch ein schweres Vergehen. »Dies wird eine unauslöschliche Wunde in der Ehre meines Meisters hinterlassen, höhnte Doktrin mit vorpatrizischer Abscheu triefender Stimme. Oltücks betrachtete den Eindringling und stimmte zu. Es mochte wohl eine der erbärmlichsten Kreaturen unter den Unreinen sein, doch sie hatte es dennoch geschafft, den Stein zu beschmutzen. Oltücks starrte auf das Ding herab und fragte dann seine Xenologie-Partition nach einem Namen. »Grot«, meldete sich seine fünfte Subpartition nach einer Weile. »So nennen die Orks dieses Ding.« »Rot«, murmelte Oltücks halblaut, nachdem er das Wort in seinem vokalen Zwischenspeicher wie ein Stück faulige Masse herumgedreht hatte. Immerhin schien der Feind ein Talent für Onomatopoetika zu besitzen, wenn auch sonst nicht viel mehr. Das kleine Biest sah exakt so abstoßend aus, wie der Name klang. Es schniefte und keuchte wegen einer punktierten Lunge. Es war die Verkörperung von hinterhältiger animalischer Feigheit, aber es war zäh. Das Sklaventier hatte sich von der Infanteriefront über zwei Käth bis hierher geschleppt und dabei eine lange Spur im aschegrauen Schnee hinterlassen. Diese stieß Oltücks am meisten ab. »Warum kann es nicht einfach sterben?« fragte er sich laut und nicht wirklich an jemanden gewandt, ohne sich überall abzuwischen. Sein Ekel wurde erneut angestachelt, als das Ding eine einzelne dreckige Klaue auf die unterste Stufe setzte und sich hochzuziehen begann. Oltücks kam rasch und so lautlos wie ein jagender Raubvogel die letzten Stufen herab, um es abzufangen. Mittlerweile war er sehr ungehalten. Bisher hatten sie acht Wellen dieser Grot erlebt, die von der Front der Orks über die von Schneeschlamm verkrustete Oberfläche auf das Beinhaus zugestürmt gekommen waren. Oltücks wusste nicht, ob die Orks damit umsonst hofften, die Munition der Verteidiger zu erschöpfen oder ob es sie lediglich amüsierte, ihre Sklaven in den Tod zu schicken. Sie waren immerhin so dumm, wie sie grausam waren. Es war aber nicht weiter von Bedeutung, denn jede der Wellen war von den Necrons wie Schilf niedergemäht worden. Trotz des fürchterlichen Zustands der Garnison hatte sie es geschafft, die Angreifer mit altertümlicher Effizienz auszulöschen. Zumindest hatte Oltücks das bisher gedacht, doch wie es schien, hatte dieser Überlebende seine Garnison über ihre Grenzen hinaus auf die Probe gestellt. Vermutlich dachte der Grot, er hätte Glück. Oltücks würde ihm das Gegenteil beweisen. Er ragte hoch über dem Ding auf, einmal mehr so regungslos wie die Statuen um das Eingangstor. Oltücks wartete darauf, dass der Grot aufblickte. Als man ihm seinen Titel aberkannt hatte, war er dem Ritual der Exkoriation unterzogen worden, während dem die silberne Farbe Itakas von seinem Körper gebrannt worden war. Zurück blieb nur die grobe Unterschicht der Necrodermis, die so rau wie Lavagestein und schwarz wie die Nacht war. Lediglich kleine Entladungsknoten leuchteten wie grüne Sternenkonstellationen inmitten dieser Schwärze. Aus Sicht des Grots wären diese Nadelstiche von Licht unsichtbar im Vergleich mit dem grellen Leuchten der Glyphenkartusche auf seinem Brustkorb, deren dynastisches Siegel von seinem Kernfeuer erleuchtet wurde. Direkt darüber glommen seine Okulare voller Unheil und Abscheu, während er den Xenos anstarrte. Oldtux befeuerte den gezähmten, kompakten Stern seines Kerns zu einem helleren Leuchten und ließ mehr Energie durch sein Flux strömen, sodass das von ihm ausgestrahlte Licht von Grün in Weiß überging. Während der Reaktor brummte, begann der schmutzige Schnee, der ihn berührte, zischend zu verdampfen. Sein Zorn wurde greifbar, und auch wenn es diese Beschmutzung kaum aufwog, so würde die Kreatur zumindest in ihren letzten Momenten von Ehrfurcht und Grauen gepackt werden. Der Grot sah endlich zu ihm auf. Aus roten Augen starrte er lange hinter der ekelhaften Rüsselnase auf ihn, die kleinen gelben Zahnstummel gebleckt und vor Kälte zitternd, während er starb. Allerdings sah er kaum ehrfürchtig aus, sondern eher verwirrt. Schließlich kicherte der Grot, was bald zu einem abgehackten, nassen Husten wurde, mit dem er einen Klumpen schwarzen Schleims auf Oltigs Fußplatte spuckte. Das war endlich genug, um seine Wut in Zorn zu verwandeln. Erst war es rein kognitiv, begann als eine Reihe rasant kollabierender Logikstufen, aussetzender Zurückhaltungsprotokolle und einer Kaskade fehlgeschlagener Induktionen. Allerdings waren sein Geist und sein Körper nicht länger wirklich getrennt. Bald schon raste dieser Konflikt die Strömungen seines Kernflugs entlang, zusammen mit einem Phantomgefühl, einst Blut in sich gehabt zu haben. Der daraus resultierende, unerwartete Ekel zerstörte den letzten Rest von Oltigs Selbstbeherrschung und er zertrat mit der Ferse den Kopf der Kreatur. Der Grot besudelte ihn weiter mit einem Schwall Schädelflüssigkeit. Zornmuster flackerten über seine Entladungsknoten und strahlten durch den Dampf, der sie umgab. Sobald sie begriff, dass klumpengeronnenen Blutes über seine Beinpanzerung tropften, raste seine doktrinelle Superdition. »Fleisch!« heulte sie auf und verfiel dann in ein entsetztes »Tabu! Tabu! Tabu!« Gleichzeitig setzte sie eine unnötige Anzahl von Anfragen für Reinigungsskarabäen in seinen Zwischenraumknoten, die Oltigs jedoch alle wieder entfernte. Nachdem seine Superdition ihn so lange damit angestachelt hatte, dass er seine Ehre verloren hatte, würde er diesen Schmutz nur zu gerne ertragen, und wenn es lediglich deswegen geschah, weil dieser kleine Geist in ihm leiden sollte. Es gab zudem viel wichtigere Konsequenzen zu ziehen, weswegen Oltigs das Geschrei stumm schaltete. »Prähtor, neet!« donnerte er über den heulenden Wind hinweg. Seine raue, eiserne Stimme hallte von den mit Schnee verkrusteten Friesen an den Mauern des Beinhauses wieder. »Tritt vor mich, Aufseher, und erkläre dich!« Für einen Sterblichen wäre der Prätor ein angsteinflößender Anblick gewesen. Neet war beinahe so groß wie Oltigs und hatte breitere Schultern. Er war im Leben ein einfacher Bürger gewesen, hatte jedoch lange genug treu und hart gedient, dass er sich eine Ewigkeit bewussten Dienstes als Aufseher der Garnison von Seed verdient hatte. Oltigs hegte den Verdacht, dass der Prätor sich oft als Vagard zum numarchialen Thron sah, doch in diesem Fall irrte Neet sich. Bei seiner Versetzung auf diesen Posten mochte Oltigs an Rang eingebüßt haben, aber er setzte noch immer die gleichen Maßstäbe wie ein Kühnaz. Neet wäre nie dazu geeignet, mehr als die geistlosen Reihen der Bauern in Oltigs Namen anzuführen. Mit 15 der Legionen der Garnison, die noch größtenteils intakt waren, sollte er die Front am Rande von Temenos halten. Aber Neet war ein Idiot mit einem geistvoller Löcher und konnte selbst nicht mehr.